Bei der Rache müsst ihr immer darauf achten, dass er das ganz geschmeidig runterrollt. Da darf nicht mit Gewalt gemacht werden, sondern so. Zack. Alles im Griff. Ja? Ja. Der muss am Reifen. Die Guter Wein. Achtung. Das Reifen kommt. Jetzt. Hier. Nach dem vierten Reifen kann man dann den Krankenhaus verliehen. Schon kein Bock mehr auf den Job. Manuel Neuer. Manuel Neuer ist wieder am Start. Der einzig wahre Torwart beim FC Bayern München. Wieder nach dem Schienbeinbruch. Lieber Darmkopf. Mbappé schießt. Trauerhaft. Und Bayern gewinnt die Champions League. Boah.